Hey Leute, willkommen zurück. In der Zone, ah, man, es ist immer noch so gut, ja, einfach wieder da zu sein, ich hoffe, dass sich das so hält, ne, was er uns jetzt zu sagen hat, ich habe übrigens die Schnelltasten geschnallt, ne, F1 muss ich nur drücken und für die zweite davon muss ich es halten, ich denke, dass ich das so verstanden habe, na gut, erstmal gucken, was Herr Richter uns zu sagen hat. Und dann rappt man ohne was zu sagen, weg. Ich muss erstmal gucken, ob ich noch kurz was finde für uns. Mann, ey. Ja, wirklich gar nichts, ich kann nicht mal ein bisschen was futtern. Folge dem Fremden. Wo ist er denn, ich erkenne ihn gar nicht hier in der Einheitsbrühe. Wie, ich bin gar nicht so weit weg, ich dachte, ich bin jetzt sonst wo, ich liege ja hier einfach nur um die Ecke. Habe ich meine Lampe noch? Ich brauche hier erstmal mal ein bisschen Zeug, Mann. Wie, wie ist das jetzt alles eingesteckt? Ich brauche hier erstmal mal ein bisschen Zeug, Mann. Wie, wie ist das jetzt alles eingesteckt? Du Ratte. Ey, nicht sein, ey, der muss da wenigstens noch ein bisschen Brot in den Taschen haben. Ich würde mich doch nicht so gehen lassen. Kann man da durchs Fenster klettern vielleicht, dass es nicht verriegelt? Ja, das ist ein bisschen Munition. Ach, der ist einfach offen, frei zugänglich. Gute Schusseigenschaften, ist aber ineffektiv gegen gepanzerte Ziele. Ist doch einfach nur Full-Mittel-Jacket. Okay, na gut. Eine Granade. Was ist das hier? Ein glückliches Paar. Okay, lass uns mal noch den Turm auskundschaften. Vielleicht finden wir ja da noch einen Hinweis oder ein bisschen Restmaterial vom Schützen. In der Garage war ja nicht... Ach, natürlich. Ja, das klingt doch gut. Ja, das klingt doch gut. Tagebuch. Jetzt nicht, mein. Jetzt erstmal so bisserl die Aussicht genießen. Jetzt erstmal so bisserl die Aussicht genießen. Na, guck mal. Ein bisschen Bier. Guck mal da draußen, den hab ich ganz übersehen. Der da sitzt. Aber der wird auch nichts bei Herren, denk ich. Stimmt, man kann ja irgendwie abspringen, ne? Stand ja auch da. Da hab ich Angst, dass ich mir was tue. Ich hab Angst, dass ich mir was tue. Ich hab Angst, dass ich mir was tue. Ah, okay. Ah, okay. Ah, ja. Jog da mal los. Alter, wurde ich hier beschossen? Nee. Illusion. Ich will immer... Ja, genau. Ey, mit wie vielen Tasten du hier den PDA aufmachen kannst? Was? Soll der Banditen sein? Oh, Mann. Oh, Mann. Uff! Wir haben dir eine Zeit, wie wir es hier vorbereiten haben. Wir haben dich nicht gefunden. Ja. Wir können nicht die Zeit, wie wir uns dann wenden. Wir wollen uns dann noch ein bisschen vergeteld. Dimmst du... Nhiss du dich nicht, lockst du, wirst du mit Cause? Du hast gesehen, die Waffe ist einfach nur Schießprügel. So, jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen Zeug bei. Zack. 30 Prozent. Hier wollen wir mal Hallo sagen. Mahalo. Hätte der nicht noch ein Tier bei sich? Ich glaube, da haben wir die gehört. Du hast hier nicht mehr als ein Tier. Mami, nicht mehr zu mir. Natürlich in der Zonung die Probleme mitzunehmen. Hier müssen Sie sich selbst entscheiden. Du bist hier nicht schon lange, oder? Was haben sie von dir wollte? Was für die Bandos braucht? Habt ihr, mein Mann, eine Wollung. Das ist schon wieder. Das sind die Zonung. Warum von ihnen warten? Du bist hier nicht schon lange? Ja, so ähnlich wie du. Ich habe es so gesehen. Aber du bist wirklich nicht in der ersten Zeit. Danke, dass du geholfen hast. Ich weiß, dass du in der Hand gehst, aber vielleicht kannst du mir noch in einer Sache helfen, oder? Sag mal, was ist da? Wir haben in der Kutel, das hier nicht weit entfernt. vier waren. Kost, Richter und ich mit Hümer. Kost, für die Hauptsache. Richter, ihm helfen. Wir sind in der Gruppe nicht mehr. Kost und Richter, wo sie zu kommen, und wir mit Hümer sind diese Bandos. Ich wollte sie taktisch auswählen. Aber Hümer in ihnen. Ich weiß nicht, was sie da mit ihnen machen, aber nicht so, dass sie mit Hümer mit Hümer auswählen. Wir müssen ihn verletzen. Und sie verletzen. Und sie verletzen. Und sie verletzen. Ja, klar, oder? Stochen wird gerufen. Okay, wir nehmen uns. Was, wirklich? Wirklicher Mann! Mieser Peter. Oh, das geht aber schnell weg. Um das als Quest aufzuschalten. Gib dich zum Kisselhaus. Das würde ich machen. Was ist das hier? Könntest du nicht lesen. Ein paar schicke Postgarten. Wird das schön dunkel? Oh. Die müsste man sie wenigstens frisch machen können. Wenn es schon keine ordentliche Schnellreise gibt. Schiff mit dem Fahrrad durch die Zone jodeln. Okay. Ah, guck mal hier. Hier ein bisschen Wurst und Wasser. Gar products. Wie geht es? Na ja. Oh, das geht nicht. Oh, das geht nicht. Und das ist ein Bl fighters. Und das weiß ich auch nicht. Und das weiß ich. Und dann. So, muss man es natürlich so ein bisschen umgucken. Auch hier liegt es einfach so. Endlich Futter. Es fühlt sich erst mal so ein bisschen an wie Metro irgendwie. Oh. Wie in unserer Lederjacke. Bin gespannt, wann wir hier unsere Goodies kriegen. Wir müssen eigentlich noch so ein bisschen eine Vorbesteller-Body bekommen. Eines schönen Tages. Ah, geht mal hier. Ist das da ein Pseudo-Hund? Nee. Oder? Ich hoffe einfach nicht. Wir bleiben erst mal auf den Wegen. Er zieht mich ein bisschen magisch an, aber hier wird bestimmt richtig Durchstrahlung sein. Okay, das geht, das geht. Das ist das Versteck gewesen. Das ist das, was ich mir zu tun. Okay, das geht. Das ist das Geld. Das ist das Geld. Aber es ist das, was ich mir zu tun. Aber es geht. Und das ist mir zu tun. So, Kesselhaus erreicht. Jetzt machen wir nur die hier weg. Die ist ja echt im Eimer. So, unser Artefakt ist ja auch weg. Wo steckt man die jetzt hin? Oh, jetzt bald das. Wow. Habe ich jetzt keine Möglichkeit mit denen zu verhandeln? Du musst gleich Ärger machen, ja? Okay. Mal gucken, wie lange wir das überleben. Ich weiß nicht, gibt es Stealth-Kills? Jetzt gleich irregular... nicht möglich. Oh,atweise. Oh ja, Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah- gorckt. hat er er sucht da hinten an mir hier seid ihr rote doch wo 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 Uh, Kollege. Ja. Ja, der Oma hat mich gesehen. Das ist sparsam, sind die auf jeden Fall nicht mit ihren Granaten. Oh, da lebt ihr noch. Hat der jetzt noch gemacht? Solltet ihr sehen? Das ist ja echt bitter bei der Sicht. Ich erkenne halt nicht, ob da oben noch einer sitzt oder nicht. Aber dann hätte er schon nicht schossen, oder? Oh, das finde ich nicht gut. Die Taschenlampe ist der letzte Schmutz. Oh, Digga. Das habe ich gesehen. Das war so eine ganz leichte Silhouette. Miese Peter. Das war's. 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 Theoretisch. Waffenaufsätze. Waffenaufsätze. Waffenaufsat éhalten, damit er mit den Waffen kompatibel ist. because they are the знаю ... Eventar.. Okay, 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 okay. I have to copy this, Ceau, as on. Um the map you can do next thing. Das würde jetzt nicht gehen, nee. Starde. Der hätte auch schön auf unsere MP gepasst, finde ich. Einladung für WoWahn. Ey, das geht viel zu schnell weg, das ist kacke. So, dann können wir noch ein paar Bandit plündern. Einen Gasballon hätten wir hier auch noch gehabt. Schnarrt den hier eigentlich die ganze Zeit so. So, die beiden haben wir hier schön hingelegt. Les Unhold. Der Name passt. Ach, guck mal. Das ist cool. Das ist wieder gut, ne. Dass du einfach halten kannst und entladen. PDA des Bestatters. So, und einen haben wir hier vorne erwischt. Es ist doch okay. Ich hab doch meinen Waffenaufsatz da rangebastelt, Mann. So, jetzt geht's. Entschuldigung sie habe ich vergessen. 15 Bandagen. Ah, Granaten mit 5. Okay. So, wo soll es jetzt hingehen? Die Dubs. Ich verstecke hier schon. Miese Peters Versteck. Das ist quasi nebenan oder was? Ich will ein Versteck haben. Ist egal. Aber da können wir noch mal kurz gucken. Hätte man jetzt hier unten auch die Möglichkeit gehabt sich irgendwie rein zu schleichen bestimmt oder? Ah, das ist die Höhle. Das ist ja cool hier. Ups. Oh, das ging wirklich kaputt. Da ist so was drin. Wie soll ich da so rankommen? Habe ich im Trailer gesehen. Möchte ich da jetzt irgendwie ran? Was war das? Und was lebt hier drin? Eine Anomalie. Oh. 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 Das ist jetzt aber fies hier, wenn... Ich will ja nicht weiter rin, mit meiner süßen Jacke. Man, ein Inventar gehört auf TAP. Irgendwo anders hin. Was haben wir hier gefunden? Markel. Oh, richtig was wert. Aber es verstrahlt uns. Gar nicht so wenig. Ich meine, was sind das immer für Werte? Schwach. Mittel. Kaum warm. Ein Phänomen, das sich durch die niedrige Wärmeleitfähigkeit erklärt. Also ich kann mehr tragen anscheinend, aber ich verstrahle mich halt gleichzeitig. Genauigkeit und Reichweite. 200 Schuss, damit können wir nur erstmal arbeiten. Ah, Mann ey. Keine Lust hier die ganze Zeit wieder Bolzen zu schmeißen. Aber die Kämpfe spielen sich erstmal sehr schön, muss ich sagen. Das fühlt sich sehr flüssig an. Vielleicht ein bisschen zu flüssig. Das ist gut, dass die Items dann immer in der Kiste verschwinden. Ich habe Angst, dass ich gleich irgendwie angefallen werde. Was ist das in dir? Was ist das in dir? Ist hier kein ordentlichen Weg runter? Schönes Dorf. Was ist das in dir? Was ist das in dir? Was ist das in dir? Ah, schade. Das brauche ich mir nur noch in dir. Auf einer entspräche. Aber den würdig ver- kann nicht durchlaufen. zu dem typen der uns die aufgabe gegeben hat magnethöhle kesselhaus moin stalker blad bocoli Okay, vielen Dank, darf ich das mitnehmen? Ah, ist ja deine Wachflasche, Entschuldigung. Ja, ich weiß nicht, dass ich die Wachflasche, wenn ich sie verabschiede. Aber ich habe mich verabschiedet. Wenn ich mehr für mich, dann meine Geld. Und wenn nicht, dann meine Geld. Was sagst du? Ja. Ich weiß nicht, warum ich mich so überrascht habe. Ja, ich bin schon ein paar Wachflasche. Hannäin Sammamunudna Och vi Och Häm kompanier Jetzt I'm not Temps Schukaj Zeit Schöne All Обident Nos Ztlag Do Starse Wart Wie ist denn Spähen eigentlich? Das ist Spähen. Kann ich noch mehr Spähen? Spähen mit mehr Schwung gibt es auch noch. Okay, es sind anscheinend richtige Soldaten, aber die jetzt nicht böse sind, finde ich eigentlich mal, ist okay. Oh, ich darf mich hier hinsetzen. Ich habe mir gedacht, hier regeneriert sich ein bisschen mein Leben so nebenbei. Darf ich denn jetzt hier auch essen? Oh, das ist ja kacke. Hast du jetzt die Möglichkeit, dich richtig offiziell mit hinzusetzen, dann kannst du dann nichts nebenbei essen. Das wichtigste Feature auf jeden Fall zu machen. Ich habe einen Schweren. Ich habe einen Schweren. Nein, ich habe einen Schweren. Der ist ja da. Und weil du so? Wir sind nicht unterhalten. Sie sind nicht unterhalten. Sie sind nicht unterhalten. Sie sind nicht unterhalten. Sie sind nicht unterhalten. Die Treue meiner Beleutungen nicht zurückkehren. Sie haben sie in der Zeit nach dem Stadion. Sie haben ihre Körper gefunden, Eich? Soldatik, geh hier. Ich hätte das Gefühl, wie man sie auf die drei Anfeuern auf der Flute zu sagen. Ein guter Anfang. Wir haben einen Gewaltzuhl-Hom-Hom-Hom-Hom-Hom-Hom-Hom-Hom-Hom-Hom-Hom-Hom-Hom-Hom-Hom-Hom-Hom-Hom. Er hat ihn mit dem Kassi-Hom-Hom-Hom-Hom. Ich verstehe, Kapitel. Aber es ist eine Worte-Hom-Hom-Hom-Hom-Hom-Hom. Wir haben ein Gespräch mit Korshunov. Der Kossi? Der Kossi befindet sich die Geheimnisse. Wer sind wir hier? Sie spielen in Stalker-Premudrosti? Okay. Kossi war da. Er hat 300. Er hat ihre Körper. Er ist ein Stalker-Premus? Wer bin ich? Wenn du nicht sagst, dann sagst du andere. Geheimnis. Geheimnis. Niemand will nicht weg. Wenn du nicht möchtest, findest du weg. Geheimnis. Oh, Mann. Na ja. Wenn man sagt, müssen die Verwaltungen sagen. Verwaltungen. Ja, ich bin hier. Und wir halten uns. Komm her. Wie ist das? Mit solchen Filmen nicht mehr? Wenn ich mich in der Stadt zu Hause bin. Ich bin hier im Haus. Ich bin hier. Für alle? Für alle! Und wenn sie ihre Methoden schreien. Oder ihr fragen. Nur warte, warte. Nur warte, 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 warte. Er ist ein Drei-Warte-Warte-Warte, und auch immer noch helfen. Aber heute habe ich ihn selbst selbst gesehen. Der Räckchen-Lein war. Komm, das ist ein Schatz. Das erste Schatz, das ist ein Schatz. Ich verstehe sie dir. Ich verstehe sie dir. Wie sieht dein Handeln aus hier? Müssen wir uns das ja alles mal angucken. Also er verkauft klassisch, wie sich das gehört. Speisen und Getränke. Was krieg ich denn für ein Medipack? 26k. Im Gutein fresse ich die lieber selbst. Wie sieht es aus hier mit dem ollen Bier? 7k. Aber die Dinger wiegen viel. Wasser ist lecker und toll. Verkaufen lohnt sich gar nicht, oder? Ist ja ein schlechter Witz. Wie sage ich denn jetzt hier? Nimm das. Ach da, F. Ja, das ist jetzt hier. Aber wir können ja die Messungen annehmen noch. Ja, als ich diesen Bar organisiert habe, habe ich nicht gedacht, dass es so viele народen wird. Ich habe so viele Menschen auf der Bühne gewonnen. Sieg auch. Ja, das ist ja. Erstmal nur wir mit Betten hier trübten, trübten. Und jetzt ist es so wichtig. Ein自由es Bar für自由en Stalker. Und wenn es noch viel ist, dann wird es nicht mehr so gut. Es wird eigentlich gut. Aber vielleicht wird es für das? Ja, das ist ja mein Gebet auf Haus, aber sehr großartig ist. Für mich ist es eine sehr wichtige Arbeit. Ich habe einen Schöpel-Lückel mit großartig, aber ich habe auch noch einen Schöpel-Lückel. Wir wissen. Wir sehen. Wir müssen nur einen solchen Schöpel-Lückel ausfüllen. Wir heißen es Grysha-Valian. Er ist nicht möglich, Lora. Das stimmt. Ich habe ihn gesehen ein paar Stunden vorhin. Er schlussendlich irgendwo nach Pühnen. Streamer-Modus an. So, ein bisschen spät. Ah, erstmal Licht machen. Oh. Huiuiui. Und wer sind sie hier? Särgebeschäftigte. Särgebeschäftigte. Oh. Oh, den Wodka nehme ich mit. Das Gefühl ist, dass sie gleich abscheißt irgendwie. Persönliche Nachricht. Oh, wie geil ist denn das? Einfach Tageslicht. Oh, ja, nöte. 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 das war es nicht so gut wir haben schon eine Händler gefunden so, das ist nicht gefährlich aber ich bin bereit zu bezahlen mal gucken was er hier für uns hat Das ist der Schmutz für die Schmutz. Also, wenn jemand anderen gefragt hat, nicht du, ich habe von ihm drei Schmerzen gebrochen. Und ich sage dir das so, bei einer Freundschaft. Der Name ist für deine Freundschaft, wie Technika. Und dann ist er schnell für alles, Technik ist es. Na, schauen wir, was da bei dir ist. der herd unendlich guck mal holo visiere schmuck 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 kriegt denn hier so ein ding wie auf meine wiper basteln aber bestimmt erst eine schiene heranschrauben so was kriegt bei dir für wodka wasser 9 21 für mein artefakt ich weiß ja nicht die frage ist wie sinnvoll es ist waffen zu sammeln die noch in einem halbwegs guten zustand sind dass man die vielleicht verkaufen kann aufheben ach cool okay schlafen er kann dann vermutlich mein zeug rein ja Das ist eine Sache. Aber ich sage sofort, dass du auf das Maakow-Pole gehst. Ich bin so eine Roboter nicht interessiert. Ich kann es verstehen. Ich habe das nicht mehr als der Maakow-Pole. Ah, du hast es gewonnen? Oh, du hast meine Roboter hier. Was haben wir denn jetzt in der Nähe, was wir hier machen können? Ich meine, ich kann mich ja quasi alleine durchschlagen durch die Hände und so. Beim Wasserturm. Also wir gucken, ja. Gucken wir uns das mal an. Da sollten wir Schulden eintreiben. Ist immer leicht am Joggen, der Gude. Nichts, nicht mehr am Joggen. Okay. Das ist wirklich noch schön entspannt hier im Umfeld. Anscheinend hat der Ärger auch mit Banditen. Die Speichers hat er ja gerade. Gucken wir mal. Sprich mit dem Banditenanführer. Das war's. Das war's. ich habe schon aufgeregt ja das ist schon zu einem utopi valian winnen ja пришел повернутый borg Ich kann jetzt sagen, kapiert, geh rein, mach mit dem Duden Deal, und dann knämmen wir die auf ihn dir zusammen ab. Aber ich weiß nicht, ob das geht. Das würde ich machen. Ich verstehe alles. Nicht nervig. Wo hat er sich da jetzt verschanzt? Ey, den Spanier mal. Wer ist da? Ich schreibe ihn! Spanier, ich möchte sprechen. Mann, du bist normal? Mir ist nicht so weit. Na Sekunde entschuldige ich mich. Die Spanierer werden mich verraten. Du sie ihnen verraten. Ich werde sie mit dir. Ich werde sie mit dir. Ich weiß es nicht, ob es dir ist, kann ich mich nicht mehr so machen. Du bist auf die Barbeeren! Du bist auf die Farbeeren, wenn du so machst. Aber wenn du mich in deinen Gartenstern wirst, ist es nicht mehr so. Du willst, wenn du den Borgang hast, hörst du? Du bist auf die Farbeeren! Du bist auf die Farbeeren! Du musst auf die Farbeeren! Du kannst das, was du tun kannst! Ich hoffe, dass du es tun kannst, was ich schlafen. Ich hoffe, ich möchte das tun. Wer den jetzt immer noch verfolgt, weil ansonsten haben die Jungs jetzt denke ich Dienstschluss. Und da muss er ein bisschen weniger Schulden bezahlen. Wie der ist hier überall so vorsichtig vor sich hin knistert, ne? Da da da! Ich muss erstmal kurz was essen. Wo ich loslege muss ich was essen. Trinken hilft ja anscheinend nicht. So dann machen wir hier ein Save Point. Das Spiel speichern war nicht möglich. So. Hier machen wir das Licht aus. So. 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 Ich bin jetzt dein Bord. Ich glaube, du bist половin der Zone. Ja, das ist nicht so, was du denkst. Ich habe ein Plan, wenn du so. Es ist einfach nicht genug. Ich bin ein paar Jahre lang mit Hormäcke und Bate, um auf normalen Stuhl und ein Detektor zu machen. Das ist sehr lange. Ich wollte es gleich auf eine wirkliche Sache. Entschuldigung? Aber ich würde alles wieder zurückkehren. Ich werde erst mit Malfar ausprobieren. Ich werde mir von diesem Prozent einstellen. Ah... Also... Ich bin bereit. Ich bin ehrlich gesagt. Was, gerade jetzt? Ja, deine Wahrheit. Es wird besser. Das lief doch schon mal. Hau rein. Ist das hier seine Bude oder was? Da muss ich erstmal Ochshandschuhe. Ich dachte, da ist hier ein Teddy drin. Oh, ist das eine Flausche hier. Upsi. Ah, 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 ah. Oh. Was war das denn? Ist er umgebracht oder was? Oh, was ist das? Draußen eskaliert nur die Anomalie. Oh, Leute. Irgendein Strickgericht. Okay. Wir machen jetzt einfach hier eine Pause. Wir sind schon ewig lange unterwegs. Aber es ist halt auch erstmal interessant. Man möchte ja erstmal gucken und sehen, ne? Ah, ich muss jetzt in der Kiste. Schon übel spät. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Stalker. Haltet die Ohren steif. Ich hoffe, euch jetzt auch noch gut in der Zone. Stark von aus zu gehen. Und dann habt noch einen schönen Abend. Haut rein. Tschüssi. such sings. Tuiui. Tschüssi. 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 Tui minister. Für. S poder travels мире. Dadäuпа. Vielen Dank.